Alle Lieder, die gespielt werden, erscheinen in allen Stimmen. Das heißt, wenn das die dreistimmig ist, gibt es drei Strophen. Jedes Strophe wird eine andere Stimme gespielt. Die Noten kannst du dir hochladen. Da gibt es den Link dazu auf der Seite Grundausbildung, Noten, Start. Auf dieser Datei findest du das Verzeichnis aller Lieder. Und wenn dahinter das Wort Video steht, dann gibt es ein Mitspielvideo, wo du dann die Noten zuspielen kannst. Ich spiele also jede Stimme einzeln ein. Und du kannst dir dann immer aussuchen, ob du die Stimme mitspielst oder ob du eine andere dazu spielst. Viel Spaß! Musik Untertitelung. BR 2018 5Z1, dritte Stimme. 5Z1, dritte Stimme. 5Z1, dritte Stimme. 5Z1, dritte Stimme.